Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich handel 60 Sekunden bis 200 Minuten. Mein Starttrade beträgt hier 2000 US-Dollar. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien Metatrader 5 unter Berücksichtigung der Tagesnews und meiner Indikatoren. British Food US-Dollar sieht ganz gut aus. Hier steige ich ein. Gegebenenfalls nochmal, falls der Trade verloren geht. Aktuell sieht es gut aus. Geht er nochmal runter. Aber es sind noch 20 Sekunden. Gehe nochmal rein. Gehe nochmal rein. Gehe nochmal rein. Aktuell sieht es gut aus, der Nachsetzer scheint im Gewinn zu landen, wenn nach meiner Strategie tradet meistens schon den ersten im Gewinn, wenn alle Einstiegskriterien beachtet worden sind, perfekt, ich suche noch einen Trade, perfekt, britisch von Yen, sieht ganz gut aus, allerdings müsste der Kurs noch etwas fallen, reicht noch nicht. Vielen Dank. Okay, jetzt gehe ich rein. Bitte schreibt mal in die Kommentarfunktion, wie viel jeder in dieser Woche beim Privat-Einzelcoaching mit mir zusammen gewonnen hat. Noch 30 Sekunden. Okay. Okay. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.